ja hallo liebe freunde es ist freitag der 20 september 2024 wir befinden uns in der arena berlin auf der buch berlin 2024 in der eichenstraße nummer vier in berlin und wir sind gerade dabei unseren stand aufzubauen hier ist die frontalansicht ich führe euch mal ein bisschen rum hier diese seite das ist tanja seite mit ihrem buch kaleidoskop das da präsentiert wird ihr buch sonntagsweibchen da haben wir unseren postkartenständer mit verschiedenen schönen bunten und farbigen postkarten urlaubspostkarten von der ostsee hier haben wir unsere sachen die wir kostenlos verteilen unsere blöcke unseren gesamtkatalog hier gibt es auch ein paar bleistifte wer sich notizen machen möchte hier noch weitere kataloge zeige ich euch noch mal unseren tisch noch weitere bücher von tanja pfeffer minzbruch ihr sammelband mit erzählungen das kinderbuch prinzessin karotchen hier einer unserer reiseführer kala radjada mallorca und hier ist meine seite wo ich einige chikung bücher ausgestellt habe das sind die bücher die ich zusammen mit der lieben gabi gemacht habe chikung für jeden tag das buch habe ich alleine gemacht chikung der zwölf pro karte im sitzen und da noch mal ein buch mit der lieben gabi zusammen meridian chikung ja hier an der seite haben wir noch ein paar postkarten aufgehängt aber ganz fertig ist er noch nicht wir machen gleich erstmal schluss für heute abend und morgen vormittag bauen wir noch weiter zu ende auf und ja dann werde ich weiter berichten und erzählen wie es geworden ist schönen abend wünsche ich euch noch tschüssi